so hier ist so eine drum wollte ich jetzt machen eigentlich haben wir unseren müll abgeladen was jetzt alle ärzte rüber gebracht so ziemlich ich hab nämlich wirklich alle ärzte also kohle und den ganzen scheiß naja kohle haben wir echt das ist ja schon schlimm das ist ja schlimm was wir an kohle haben da war unsere obsidian farm stelle ich dich erst einmal hierhin lava können wir reinpumpen und dann machen wir schnell das da kannst du es eigentlich mit dem crucible hier anschließen und später irgendwann mit kabel kann ich machen wenn ich die kabel habe wo ich dann ein obsidian zählt nicht als oh ich hasse mein leben dein komisches ding da ja was weiß ich wofür ich das brauche für irgendwas wirst du das brauchen denk ich mal was haben denn die grenzkampfkiste ich habe schon wieder flüssiges fleisch bekommen haben wir silber mir wurde mal gesagt ich soll silber liegen lassen weil wir es noch nicht brauchen wir sind zeitpunkt eine menge silber hatten das keiner ist ja kleiner tipp lass nie was liegen nie und braucht ja jetzt wir haben aber silber ja wir haben selber das nenne ich nicht gerade genug das bleibt drinnen das reicht dafür was ich machen soll das kommt da rein das kommt alles raus davon brauche ich auch zwölf stück dann acht Arschviel äh könntet ihr uns ein bisschen was an wie heißt noch gleich emeralds geben das muss daco entscheiden wir haben nur zweieinhalb sticks ok was wollen eure villager haben damit man mit den emeralds traden kann nichts sind alle voll getradet ja noch ich glaube da müssten auch schon wieder neue da sein ja aber selbst dann wird die gleich wieder voll getradet wir haben hobby kisten voll zeug dafür wow ich habe bauks und erz bekommen wir haben keine emeralds so wirklich ich weiß also wenn du jetzt mit maschinen frame anfängst tut es mir leid so viel emeralds ne wir brauchen ah copper ich habe gerade nach copper gesucht und sehe dann hier so drei davon wir bräuchten neun emeralds ich weiß jetzt schon dass es dabei nicht bleiben wird ja aber ne heute bräuchten wir neun emeralds und wir würden uns dann selbst irgendwie an emeralds zu kommen ihr könnt gerne versuchen mit denen bei uns zu trainen oder ne wir können die nicht interagieren weil das geklempftes gebiet ist ich gucke gerade ob ich euch könnte euch wir machen es so ihr tampt euch ein selber und einen bringe ich euch ok aber das sind alles modded die wir hier haben ja solange die emeralds uns geben können mit irgendeinem tausch ich gucke gerade das müsstet ihr dann glaube ich erstmal freischalten das wäre kein problem dann kriegt ihr den diese resonant dinger da also weil vorerst müsst ihr emeralds geben damit ihr was bekommt von denen ich weiß jetzt nicht ob drüben in unserem warte mal hier unten ok das ist einer der tradet gar nichts das ist ein arsch und ich bei denen hier drüben so ich mache jetzt einmal weiter der ist die anderen hier die wollen aber können nicht wo kommt das ganze körper hin den hier äh zusammen craften und in dieselben kisten wie die anderen erstmal hinten wo hinten hier in die kisten hier hinten erstmal ok und zwar alles aus dieser diagest weil ich muss die diagest mal eben leer machen weißt du was ich mich frage warum habe ich kein crafting table auf einem stick keine ahnung ja sowas geht man doch schon gar nicht mehr außer haus in dem modpack ja ich weiß ich schäme mich auch ja ich habe aber auch keinen so haben wir schon mal ein bisschen mehr storage was kosten die abzugraden äh ja haben wir kohle ja wir haben kohle wir brauchen vier mal drei sind zwölf homer und daco was daco was mit rezept ich muss gerade mal schauen wofür ich dieses rezept gemacht habe das ist eine gute frage wir reinforced cluster ah oh das kannst du nachher noch wieder vernichten ich dachte du gibst mir nur das teil in der Mitte aber du hast ja die kompletten cluster schon gegeben Darum habe ich die anderen Sachen vorbereitet hier liegen. Okay. Schade. War das so? Nee, war das so? Nee. War das so? Nee. War das so? Nee. So? Nein? Nein? Willst du noch probieren? Ich muss einfach nur herausfinden, wie das war. Scheiße. Ich weiß ja nicht, welche Maschine das war. Scheiße. Ich glaube ja. Welche war? Nee, warte mal. Das war keine Quest. Das war irgendeine Maschine, die wir brauchten, glaube. Oder? Ich weiß es nicht. Ich bin gerade überfragt. Das war irgendeine erweiterte Maschine. Lass mal liegen, warte mal. Normalerweise ist das... Stimmt. Warte, 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 warte. Nee, nee. Die war nicht so angereiht. ja ich nutze mal eben für 12 sachen ich weiß wie du hast die falschen dinger gebaut nee das war schon das richtige das einzige was man damit machen kann ist der fluid applicator und dafür brauchst du energy flow circuit und du hast gemacht datacontrol circuit nee nee warte mal warte mal ich habe die quest mit absicht so reingelegt das war ja für irgendwas gedacht auch wenn ich den chemical reactor eingebe ich krieg das identische rezept aber du brauchst diese energy flow circuit du hast ja einfach nur die falschen gemacht Pascal kitchen floor oder loot chest kitchen floor haben wir mehr als genug ok wieso das ich hab's grün ach nee blau war neu completed ja ok muss ich dich leider enttäuschen daco jetzt klappe zu ich habe schon das richtige gemacht ich muss nur gucken für was aber schau doch mal bei giant nach was du alles mit dem industrial electrolyzer oder zum beispiel mit den extra machen kannst dann wird dir nur wirklich dieses rezept ist es war auch komplett identisch nur halt mit anderen circuits schau dir das mal wirklich an also wenn wir jetzt in den wilden profitieren was brauchten wir dann den replikator Hatten wir die Quest nicht schon? Äh, Oskar, ich pausier mal eben deine Wire-Herstellung, weil ich gerade ein Stromproblem habe. So ganz komisch aus. Meine Wire sind fertig. Ne, die habe ich da. Ich habe einen Teil der Wire, also einen Teil des Kompass wieder da vorne reingelegt. Okay. Ganz ehrlich, ich lasse das erstmal. Für irgendwas haben wir das auf jeden Fall gebraucht. Ich weiß jetzt nur nicht mehr für was. Ah, warte mal, ich glaube ich weiß für was. Ne, das war es nicht. Weil die Kabel müssen wir eben sich wieder ein bisschen auffüllen, also nicht so viele Maschinen gerade nutzen. Ja, ist okay. Hä? Jetzt habe ich da wieder eine Quest für... Oh, hey, das ist so lange her, als wir das letzte Mal aufgenommen haben. Für was brauchte ich diese... Ach, der... Ja, ich weiß schon, was der Pyro das ist, für den Void meiner Vier. Ich habe ein bisschen was zu viel gemacht, Pascal. Äh, nicht schlimm. Aber selbst dann, mit dem Void Replicator, stellst du dann puret das ja nicht her. Nein, Darko, das lasse ich jetzt erstmal außen vor. Ich bin gerade in einer ganz anderen Quest. Das heißt, das kann ich noch nicht machen, weil wir die Ads unten erst einmal arbeiten lassen. Warum ist hier ein Crafting Table drin? Den Metafabrikator hab ich schon... Äh, du kannst den Empower-Up nutzen. Den Hammer... Oscar. Okay. Das Einzige, was für dich nur wichtig ist, du solltest erstmal eine herstellen und danach die nächste. Also, wie sollst du die einzeln herstellen? Warum schießt das alles hier? Das ist mit der Latte. Die Power-Cells? Ja, also erst eine, ähm, erst eine Medium, dann die nächste und so weiter. Ansonsten haben wir, kommen wir nicht mehr mit dem Strom hinterher. Achso. Ja, weil du sollst die Ads, du sollst sie deswegen herstellen, weil dadurch, äh, der Maximal-Output der Dinger erhöht wird. Der Power-Cells. Ja. Zwei mal den da. Zwei mal das. Zwei mal das. Zwei mal das. Zwei mal das. Ah, ich glaube, ich wisse, für was die war. Ja, ich hoffe, das war das jetzt, äh, ne, das war's nicht, ah, jetzt weiß ich, warum die Crafting-Table drin ist. Ja, irgendwas stimmt zur Zeit nicht so ganz. Ach, ich stimme, ich brauche 48 GP, kriegt man die oben schon zusammen? 48, ich bin maximal gerade bei 24. 24. Das hätte nacheinander herstellen, okay, ja. Vier. Äh. Eins. Mach mal, mach mal, mach mal weiter. 4 von 4. Von maximal bis 18, das kann ich dir jetzt schon sagen. Mach einfach mal, ich, guck mal, ich bin gerade nämlich drinnen. Ja, bei mir fängt's wieder komplett von 0 an. 4 von 4. 11, 12, 13, 14, 15. Brauch's nicht vorlesen, ich hab die Anzeige selbst. Toll. 18,04 endet. Wie gesagt. Dann mach noch mehr. Ich brauche 48. Sonst kriegst du keine Space-Ausrüstung. Space-Ausrüstung? Mhm. Pascal, ich hab's Space-Ausrüstung gehört. Ja. Äh, wir haben jetzt übrigens vier Doppelkisten, können wir jetzt in einer Sache lagern und das Ding ist noch nicht mal ansatzweise voll. Das ist jetzt ein Drittel gefolgt, die Large Storage-Chest, die ich gerade gecraftet hab. Irgendwas potzt mich gerade an mit diesem Inventar. Was für'n Inventar? Mein Inventar. Alles, was ich im Inventar in meiner Hotbox sehe, ist nicht da. Erst wenn ich mein Backpack öffne, resettet es sich und dann kann ich den Inventar machen. Das ist wirklich so ein Liebling. Du hörst dich im Discord auch sehr toll an. 19 ms. Mhm. Hat er sich bei euch jetzt auch so merkwürdig angehört? Ja. Kurz, zwischenzeitlich. Gut, es liegt nicht an mir. So, jetzt hab ich schon mal alle kleinen Power-Cells. Und das war der einfache Teil. Dann kommt das wieder... Dann beschreib mal komisch. Ähm... Dumpf... Würde ich es eher so nennen. Naja, so ganz seltsam halt. Als ob du... Weiß ich nicht. Ein Stückchen Stoff oder so da... Zwischen dir und dem Mikrofon hast. Wir haben keine Emeralds, oder? Nee, deswegen haben wir ja hier den Butcher, da kannst du Kohle abgeben für Emeralds. Wie viele? Wie oft kann ich das machen? Ein bisschen was. Das geht hier noch weiter? Ja. Ich hab die noch nie gebaut. Das ist das erste Mal, dass ich die sehe. Ja. Ist das immer los so? Nee, gerade eben ist es normal. Lava... Und... Lava waren wir doch schon. Und feier. Warte, was steht da? Trade something else to unlock. Äh... Haben wir Fleisch? Ja, Chicken... Warte, was steht da? Trade something else to unlock. Nachdem ich einen Emerald getauscht habe. Oh, wow. Was brauchen wir das? Äh... Fleisch müsstest du mal gucken. Ansonsten musst du kurz jagen gehen. Nee, wir haben kein rohes Fleisch. Auf, auf zur Jagd. Wofür brauchst du rohes Fleisch? Willst du kochen? Äh... Nee, für den... Villager. Weißt du, wir können nicht mal die Kühe hier nehmen. Aber Oskar, wir haben gefühlt all unsere Kisten in drei Storage Crates umgelagert und die sind nichtmals ansatzweise voll. Die Storage Crates? Ja. Also wir haben unsere komplette Erbsachen in Storage Crates umgelagert. Das hat... Das könnte jetzt zweierlei Dinge bedeuten. Erstens, dass wir die nichts haben. Zweitens, dass die einfach fett sind. Die sind fett. Ah... Das läuft doch gut. Schweinchen... Keine Sorge, es geht schnell. Ach, ich weiß, warum wir grad so wenig Strom haben. Hier unten läuft noch die ganze Zeit ein Crusher durch. Dann schalt ihn aus. Hab ich jetzt. Wie für das... Hattest du nicht so nen Looting spät? Äh... Ne, ich hab auch nen Looting Packaxe. Das funktioniert genauso. Dann geh ich eben fahren. Ne, kümmerst du dich mal kurz... Weiß ich nicht... Haben wir um Korotten? Ne, dann warte, dann zieh ich das anders auf. Dann lass mir... Hier die zwei Schweinchen... Kannst du mir die übrig lassen? Äh, ja. Dann zieh ich die zu den Kühen. Kriegen die Kühe Gesellschaft. Ähm, kannst du mir dann helfen? Dann helft es vielleicht mit den... 844 TF, was du willst. Äh, das wollte ich 15 holen. Ich wollte... Ja, Moment. Davon haben wir nix mehr. Das wollte ich haben und... Haben. Ich gleide jetzt ein bisschen durch die Gegend. Viel Spaß. Was ein Schmahn. Das ist doch... Kacke. Zum Mäuse-Maken. Lapatron-Christian. Gar nichts mehr davon. Boah, scheiß auf die Quest. Da brauch ich das da so... Okay, Darko, wo brauchst du Hilfe? Ja, bei mir. Bei dir ist es gut, wo bist du denn? Oben. Oben bei... dem GmbDings-Bus. Boah, jetzt muss ich noch bis da hooooch. 1, 2 bin oben. Wo kriegen wir noch ein Baumier her? Rausgarn. Boah, ich hasse es. Ich hab mein Mod-Pack gerade schon neu gestartet. Jetzt droppt die Scheiße. Ähm... Ne, bitte an die Solar-Panels. Ne, bitte an die Solar-Panels. Blacks, yay. Warum an die Solar-Panels? Weil das sind nur die Nacht-Panels. Wo sind die, die für den Tag zuständig sind? Die... Da hab ich hier auch noch. Dann... Oh, ich glaub ich hab auch so einen grad die Schweine... Ups. Du hast die zwei Schweine getötet. Äh, ich dachte ich wär weiter weg. Dann drück ich dir jetzt gleich zwei Karotten in die Hand und du darfst Schweine suchen gehen. Ach, sind wir nicht denn, äh... Wir sind die Villager-Zombie. Äh, wo? Wo? Direkt vor unserer Haustür. Eigentlich der Wasserblock muss genau da rangehen. Ja. Das reicht auch, wenn's ranfließt. Sagt der, der von dieser Mod ziemlich viel Ahnung hat. Zumindest ne. Also, ganz ehrlich, auf Sky hab ich viel mehr Ahnung davon. Und hier hast du versagt. Null. Ho. Vier. Power-Creating vier. Wenn ich den dahin mache... Power-Creating no power. Oh, oh. Hm, Darko, ne? Immer noch 24. Nix verändert. Gut, wir haben Äpfel, äh, haben wir Gold noch. Dasselbe hab ich jetzt auch noch für den Laberteil. Bestimmt. Aber der muss glaube ich nicht mal dran sein. Selbst wenn, dann stellen wir das da hin. Ohne das, äh, gibt es wie gesagt 24. Und mitnehmen ist es immer noch 24. Kommt hierher, mein Liegen-Zumbie-Freunde. Äh, gib mir mal das Lavateil. Hast du schon? Ne, das hattest du grad in der Hand. Das ist das Fire-Teil. Achso, ne. Lava-Teil hab ich keins. Jetzt hast du. Lava-Lava-Eimer. Ah, du hast es mir grad wieder zugeworfen. Ja, das mähnt ich halt. Brauch ich den Lava einmal wieder. Äh, wie macht man heute Reakness Potion? Ähm, mit fermentiertem Spinnenaugen müsste das sein. Ja, warte, ich kann ja auch einfach nachkucken. Ruhig. Zwei. Zwei. Water-Bottles mit fermentierten Spinnenaugen. Haben wir braune Pilze? Zwei, ne, das muss doch drunter bleiben. Ja, einen. Haben wir ein Spinnenauge. Ach, warum müssen Zombies intelligent sein? So, for real. Ihr habt nicht intelligent zu sein. So. Jetzt kommt ihr hierher. Genau. Perfekt. Ich hab dir das Fire-Teil noch mal da reingemacht. Ich muss mal ein Lotpack aus Neustarten. Das nervt mich so tierisch mit dem mitmachen. Und wo hast du die denn jetzt eingebaut? Ich bin dabei. Äh, hübsch. Progressive Fisilus. So. Gepi 40, 40, Gepi. 80% Operation went placed over fire. So. Überm Feuer. Eingemaut. Ah, okay. Mehr schlecht als recht. Warte mal, überm Feuer ist... Ähm, halt das... Da. Das Problem dabei ist, ich komm selbst mit denen nur auf 50. Maximal. Äh, ne nicht 50. Auf 40 maximal. Und du brauchst glaub ich 48. Autsch. Ich brauch 48, ja. Und ich kann nicht weitere von denen auf die Schnelle herstellen, weil das hat schon Stunden gedauert. Wie teuer ist denn diese Wassermel, weil auf Sky machen wir das ja immer mit Watermelz. Et Util. Äh, Oskar geh mal kurz weg da. Und rund auf, die ist nicht teuer, aber diese komischen, ähm, Helium glaub ich baust du für die, dauert einfach nur Jahrhunderte bis die fertig erstellt sind. Komm schon, ich muss euch voneinander trennen, leider Gottes, Leute. Dann mach oben auf, dann nehm ich die Aggro von einem und du die Aggro von einem. Warte, 10... Also du musst einhauen. Echt, ich werde erst mal die Aufnahme.